Jünger Zitan, ich liebe es. Ah, einer unserer hellsten Sterne. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Sei unerbittlich. Keine Nachlässigkeit für dich oder deine Gegner. Es ist nicht der Schmelztitel, aber nicht jeder Ort kann perfekt sein. Wir bekommen keine Dach. Was ist da draußen los? Sprich mit mir, Hüter. Vielleicht sehen wir euch das auch. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Das ist nicht der Schmelz. 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 Ich habe noch einen dabei erwischt, wie er Wurmsporen aus der Stadt schmuggeln wollte. Ich habe noch einen dabei erwischt, wie er Wurmsporen aus der Stadt schmuggeln wollte. Ich habe noch einen dabei erwischt, wie er Wurmsporen aus der Stadt schmuggelt. Ich habe noch einen dabei erwischt, wie er Wurmsporen aus der Stadt schmuggelt. Ich habe noch einen dabei erwischt, wie er Wurmsporen aus der Stadt schmuggelt. Ich habe noch einen dabei erwischt, wie er Wurmsporen aus der Stadt schmuggelt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Noch eine Minute mein Freund, nächste Runde wird dir. Zerstöre diesen Gleichstand, Hüter. Zerstöre diesen Gleichstand, Hüter. Macht nichts. Hol dir einfach die nächste. Das andere Team prescht vor. Halte sie auf! Hüter gefallen. Die Runde geht an dich. Gut gekämpft. Der Kampf ist noch nicht vorbei. ...muss ein Ende haben. Es heißt entweder du oder sie. Kämpfe! Gut. Dein Gegner ist eliminiert. Dein Team führt. Ich habe nichts anderes erwartet. Gut. 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 Jetzt sind nur noch ihre Geister übrig. Holen wir sie zurück und machen das nochmal. Und Matchup, mein Freund. Wie alles. Wie alles. Du hast dich ein weiteres Mal als fähig erwiesen, mein Freund. Ich werde Osiris davon berichten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noch eine Minute, mein Freund. Noch 30 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 11 Sekunden. 11 Sekunden. 11 Sekunden. das ist ja nicht so gut die gegner wurden in ihre schranken gewiesen gut gemacht eine weitere runde beginnt und dein team liegt vor gut 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 Okay. Noch eine Minute, mein Freund. Beeindruckender Sieg. Du enttäuscht mich nie. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wir gewinnen. Weiter so. Oh. 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 Gefallen Gefallen Dein Verbündneter kann wieder kämpfen Gefallen Faustkämpfe und Kugel Hüter Mein Herz rast noch immer Und Matchkunft mein Freund Geht alles Gefallen Gefallen noch eine Minute mein Freund Das ist der entscheidende Moment. Hol dir das, Mensch! Das ist der entscheidende Moment. Hol dir das, Mensch! Das ist der entscheidende Moment. 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 Mein Freund, neue Hüter können viel von dir lernen. Ich habe es schon getan. Das ist der entscheidende Moment. 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 Willkommen bei den Prüfungen von Osiris. 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 bleiben muss. Der Team hat Kleinholz aus ihnen gemacht. Diese Runde geht an euch. Ihr liegt zurück, aber nicht mehr lange. Die nächste Runde gehört dir. Zeig's ihnen. Matchpunkt für den Gegner. Aber du wirst nicht aufgeben. Ich bin dir gefallen. Diese Runde hast du verloren. Macht nichts. Hol dir einfach die nächste. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Syris. Dein Leben ist fertig. Du hast hier nur das eine. Sei vorsichtig. Hüter gefallen. Dein Team wurde besiegt. Aber ihr könnt wieder auf die Beine kommen. Deine Gegner fühlen. Ihr könnt wieder aufholen. Hüter gefallen. Die nächste Runde gehört dir. Zeig's ihnen. Ihr liegt zurück. Fahr deine Krallen aus, Hüter. Hüter gefallen. Diese Runde hast du verloren. Macht nichts. Hol dir einfach die nächste. Das andere Team prescht vor. Halte sie auf. Dann die Gegner glauben, sie könnten gewinnen. Tja, zeig's ihnen. Hüter gefallen. Diese Runde hat sich der Gegner geholt. Hol du dir die nächste. Eine Niederlage ist nicht weiter schlimm. Es ist ein Moment von vielen. Nächstes Mal wirst du es deinen Gegnern zeigen. Glückwunsch. Du bist bist du und sich am Tag. Bis zum nächsten Mal. Ünser nahm. Dichcom. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die nächste Runde wird dir. Zeig es ihnen. Dieser Gleichstand muss ein Ende haben. Es heißt entweder du oder sie. Kämpfe! Die Runde geht an dich. Gut gekämpft. Das Gegner ist der Pivot auf. Bleib vor ihnen. Güter gefallen. Geht's. Du musst den Gegner wieder belegen. Das wird alles weg. Davon nicht runterziehen. Versuch's nochmal. Die Fien sind gleich auf. Presche vor, Hüter. 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 Noch eine Minute, mein Freund. Der Kampf ist noch nicht vorbei! Hüter gefallen. Die Partie wurde besiegt, aber ihr könnt wieder auf die Beine kommen. Abgeschlagen heißt noch nicht geschlagen. Ich weiß das. Und das wirst du auch bald. Bitte gefallen. Diese Runde ging an deinen Gegner. Nächstes Mal, mein Freund. Mensch, du hast schon größere Rückstände aufgeholt. Das hier ist ein Klacks. Das hier ist ein Klacks. Ich finde, du hast schon größere Rückstände aufgeholt. Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch eine Minute, mein Freund. Noch 30 Sekunden. 10 Sekunden. Gegner wiederbelegt. Bitte gefallen. Du hast die Armee. In der Zone bist du sicher, Hüter. Außerhalb von ihr wirst du nicht lange gestiegen. Gana, Fausenkämpfe und Kugelhabe. Hüter, mein Herz rast noch immer. Der Gegner hat einen Matchpunkt, aber du kannst hier noch immer gewinnen. Der Gegner hat einen Kugelhabe. Der Gegner hat einen Kugelhabe. Der Gegner hat einen Kugelhabe. Sie hätten es sich zweimal überlegen sollen, sich auf ein Feuergefecht mit dir einzulassen. Matchpunkt Gleichstand. Jetzt kommt es drauf an. Zeig, was du kannst! Jetzt kommt es drauf an. 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 Das ist es. So geht das Spiel. Sehr gut. Wer es auch auf unsere Stadt abgesehen haben mag, wird wissen, dass es besser ist, umzukehren, wenn sie dich an den Toren erspähen. Das ist es. So geht das Spiel. 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 Der Untertitel kann wieder kämpfen. Hüter gefallen. Diese Runde geht an sie, aber du kannst dir die nächste holen. Dieser Gleichstand muss ein Ende haben. Es heißt entweder du oder sie. Kämpfe! Hüter gefallen. Gegner wieder will ich. Das gegnerische Team ist besiegt. Du hast sie richtig aufgemischt. Dein Team führt. Bleib dran. Dein Verbündeter kann wieder kämpfen. Dein Verbündeter kann wieder kämpfen. Die Team hat Kleinholz aus ihnen gemacht. Diese Runde geht an euch. Verwandle diese Führung in einen Sieghüter. Nichts kann dich aufhalten. Wieder gefallen. Die Gegner wurden in ihre Schranken gewiesen. Gut gemacht. Dein Verbündeter kann wieder kämpfen. Mensch, Bum! Dein Team steht gut da, das nichts mehr anbrennt. Sie können dich nicht einholen. Diese Runde ist zu Ende. Du verschaffst ihren Geistern eine Menge Bücher. Du kämpfst mit Zuversicht, mit Hingabe. Die Menschen in unserer Stadt müssen sich in deiner Obhut sicher fühlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Prüfungen von Osiris. Deine Gegner warten schon. Liefere ihnen einen Kampf, den sie nie vergessen werden. Der Kampf beginnt. Peter gefallen. Dein Gegner ist eliminiert. Wir gewinnen. Weiter so. Darf ich sehen? Kein Eilige. Da sind wir in uns zu machen. Stöhnen? Letzter. Da. So. Das ist unbekannte Knapp. Ja. viktigt. Die Runde geht an dich. Gut gekämpft. Verwandle diese Führung in einen Sieghüter. Nichts kann dich aufhalten. Ich hab mich auch gefallen. Die Gegner wiedergegeben. Deshalb hat der Reisende dir zwei Fäuste gegeben. Die Runde geht an dich. Gut gekämpft. Ihr liegt in Führung. Jetzt nur nicht nachlassen. Ich bin der Gefallen. Hahaha, gut. Wie viele sind das jetzt? Die Runde geht an dich. Gut gekämpft. Gut gekämpft. Guter gefallen. Guter gefallen. Guter gefallen. Noch eine Minute, mein Freund. Wieder gefallen. Diese Runde ist zu Ende. Du verschaffst ihren Geist an eine Menge Übungen. Perfekt. Ruf sechs, ja? Ruf dich, damit werden wir ihn zum Weinen bringen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Willkommen bei den Prüfungen von Osiris. Ich sehe, du willst endlich anfangen. Na dann los, schnapp sie dir. Genau. Das Gegner ist schon mal... Ich bin jetzt ein... Das Gegnerische Team ist besiegt. Du hast ihnen den entscheidenden Schlag versetzt. so Wie viele sind das jetzt? Das ist dein Verdienst. Allein deiner. Diese Runde geht an dich. Verwandle diese Führung in einen Sieg, Güter. Nichts kann dich aufhalten. Nichts kann dich aufhalten. Ach, das ist dein Verdienst. Nichts kann dich aufhalten. Die Führung in einen Sieg, Güter. Die Führung in einen Sieg, Güter. Meisterhaft gespielt, mein Freund. Ich werde die Kinder herbeirufen. Sie lieben es, dich gewinnen zu sehen. Mal sehen, was ihr aus diesem Vorsprung machen könnt. Gegner wieder weg. Deine Feinde sind ausgeschaltet. Das ist es. Zeit für ein starkes Finish. Die Gegner wurden in ihre Schranken gewiesen. Du hast sie auseinandergenommen. Ha! Es geht doch nichts über einen guten Kampf. Komm, Hüter, lass uns ringen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hüter, ihr werdet gefallenen Freunden aufhelfen und selbstgefällige Gegner niederschlagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nichts kann dich aufhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Halt auf! Bleibt vor ihnen! Bitte gefallen! Ha! Die werden dir in Zukunft wohl nicht mehr in die Quere kommen. Eine weitere Runde beginnt und dein Team liegt vorn. Gut! Bitte gefallen! Sein Verwünsesser kann wieder kämpfen! 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 Einen Enden zu können! Du kannst dir die nächste sind! Eine weitere Runde beginnt und dein Team liegt vorn. Gut. Die Runde geht an dich. Gut gekämpft. Das ist der entscheidende Moment. Hol dir das, Mensch. Das ist der entscheidende Moment. Holen wir sie zurück und machen das noch mal. Wer es auch auf unsere Stadt abgesehen haben mag, wird wissen, dass es besser ist, umzukehren, wenn sie dich an den Toren erspähen. Wer es auch auf unsere Stadt abgesehen haben mag, wird wissen, dass es besser ist, umzukehren, wenn sie dich an den Toren erspähen. Wer es auch auf unsere Stadt abgesehen haben mag, wird wissen, dass es besser ist, umzukehren, wenn sie dich an den Toren erspähen. Wer es auch auf unsere Stadt abgesehen haben mag, wird wissen, dass es besser ist, umzukehren, wenn sie dich an den Toren erspähen. Wer es auch auf unsere Stadt abgesehen haben mag, wird wissen, dass es besser ist, umzukehren, wenn sie dich an den Toren erspähen. Wer es auch auf unsere Stadt abgesehen haben mag, wird wissen, dass es besser ist, umzukehren, wenn sie dich an den Toren erspähen. Wer es auch auf unsere Stadt abgesehen haben mag, wird wissen, dass es besser ist, umzukehren, wenn sie dich an den Toren erspähen. Wer es auch auf unsere Stadt abgesehen hat, wird wissen, dass es besser ist, umzukehren, wenn sie dich an den Toren erspähen. Prüfungen von Osiris Deine Gegner warten schon Liefere ihnen einen Kampf, den sie nie vergessen werden Peter gefallen Dein Verbündeter kann wieder kämpfen Die Gegner wurden in ihre Schranken gewiesen Gut gemacht Dein Team führt Bleib dran Die Gegner Die Gegner Sehr gut Dein Gegner ist eliminiert Peter gefallen Ihr gebt den Tor an Sehr gut Peter gefallen Die Gegner Die Gegner Du hast deinen Gegner ausgeschaltet Sehr gut Peter gefallen Das ist es Zeit für ein starkes Finish Die Gegner Die Gegner Wiederbelegen Die Gegner Die Gegner Die Gegner Matchpunkt. Jetzt gilt es, mein Freund. Hintergefallen. Dein Verbündeter kann wieder kämpfen. Hintergefallen. Dieses Match ist ein Sieg. Zeit zu feiern. Ich mach nichts. Du hast sie zerschmettert. Diesen Kampf werden sie nie vergessen. Und ich auch nicht. Dieses Match. Okay. berly suscribete. ure Amen. 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 Damit seid ihr gemeint. Ich gratuliere. Eure Siege bringen Belohnungen mit sich. Nehmt sie euch. Nutzt eure Erfahrung. Kämpft euch bis zur Spitze hoch. Und wir werden uns hier wieder und wieder sehen. Die, die du besiegt hast, orientieren sich an deinem Vorbild, deiner Führung, deiner Hoffnung. Das werden in den schwierigen Zeiten der Zukunft wertvolle Werkzeuge sein. Kämpfen, siegen und wieder kämpfen. Das ist deine Pflicht. Wenn die spitzen Schiffe kommen, zeigen wir ihnen, wozu das Licht fähig ist. Du bist ein Champion. Das wissen wir. Sei jetzt ein Anführer. Das ist deine Pflicht. Die Hüter, gegen die du antrittst, halten sich an die Regeln meiner Arena. Deine Feinde sind nicht so rücksichtsvoll. Merk dir das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wünsche dir alles Gute, bis wir uns wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe keine Ahnung, für was das Ding gebraucht wird. Ich freue mich, dass du noch lebst. Ich habe mich schon gewundert. Glaubst du, du bringst diese Teile zum Funktionieren? Das ist unmöglich. Geh zurück zu Arach und sag ihm, dass wir für diese Aufgabe das richtige Werkzeug brauchen. Nur ein Pilot kann andere Piloten in die Schlacht führen. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Ich denke, ich habe da etwas, das du magst. 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 Hast du so etwas jemals zuvor gesehen? Ich denke mal nicht. Ich habe einen dabei erwischt. Das sieht nicht gut aus. Ich habe da etwas, das du magst. Ich schlafe gleich im Stehen ein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Runde geht an dich. Gut gekämpft. Dein Sieben liegt vorn, Hüter. Nicht nachdenken. Hüter gefallen. Nicht nachdenken. 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 weitergefallen kann wiederkämpfen wieder gefallen ich liebe es dir beim siegen zuzusehen jetzt gilt es gewinnt dieses mal und ihr habt den gesamtsieg in der tasche die die Das war's für heute. Ich werde deine Gegner zum Schmelztiegel von Shaxx schicken, um mehr zu trainieren. Vielleicht schlagen sie sich in seiner Mini-Arena besser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Prüfungen von Osiris Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Finde deine Hand. Schlag sie nieder. Ich weiß, du hast das schon früher geschafft. starker beginn pausenkämpfe und kugel hüter mein herz rast noch immer er liegt vor das überrascht mich nicht wieder gefallen Die Team sind gleich auf. Resche vor, Hüter. Die Team sind gleich auf. 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 Prüfungen von Osiris Dein Leben ist wertvoll. Du hast hier nur das eine. Sei vorsichtig. Dein Leben ist wertvoll. Noch eine Minute, mein Thor. Noch drei Sekunden. Noch drei Sekunden. Noch drei Sekunden. Wieder gefallen. Diese Rüder hat sich der Gegner geholt. Hol du dir den nächsten. Gegner wiederbelegt. Die Punkte sind nur ein Teil des Ganzen. Der Rest liegt bei euch. 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 Ich weiß es. 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 Sie erwarten schon. Liefere ihnen einen Kampf, den sie nie vergessen werden. Peter gefallen. Ein Verbündeter kann wieder kämpfen. Peter gefallen. Das andere Ziel führt. Nimm die Herausforderung an. Peter gefallen. 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 Die Runde geht an dich. Gut gekämpft. Zerstöre diesen Gleichstand, Hüter. Hüter gefallen. Dein Verzündet hat man wieder kämpfen. Hüter gefallen. Das ist dein Verdienst. Allein deiner. Diese Runde geht es. Dein Team führt. Ich habe nichts anderes erwartet. Gegner wiederbelegt. Diese Runde geht an sie. Aber du kannst dir die nächste holen. Hier liegt gleich auf. Zeit, ein deutliches Zeichen zu setzen. Die Runde geht an deinen Gegner. Nächstes Mal, mein Freund. Ist nicht das erste Mal, dass du hart ran genommen wirst, oder? Dann ist so ein Mensch und gar nichts. Kämpfe! Gegner wiederbelegt. Gegen dich verlieren sie alle. Ich liebe es, dir beim Siegen zuzusehen. Matchpunkt und Gleichstand. Mach den Sack zu. Gegner wiederbelegt. Gegner wiedergefallen. Das nächste Mal, mein Freund. Das nächste Mal. Das ist der Rhythmus eines Hüterlebens. So lernen wir dazu. , der Rhythmus eines Hüterlebens. Aber ich kann wegen ihm schlech Medicare-Kufe unserer Geschichte auch nicht aus funk. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020